Willkommen! Wir werden uns hier wieder eine interessante Extremwertaufgabe anschauen in Verbindung mit einer Normale und dem Flächenhalt eines Dreiecks. Bei der Berechnung dieser Aufgabe werden wir uns an ein gewisses Lösungsschema halten, was ich an dieser Stelle kurz erläutern möchte. In erster Reihe werden wir eine Zielfunktion für das Problem aufstellen. Dann folgt die Bestimmung der Extrempunkte für diese Zielfunktion, abhängig von der Aufgabenstellung dann Hoch- oder Tiefpunkte. Und unser letzter Schritt wird sein die Berechnung der Randwerte oder die sogenannte Extremwerteentscheidung. Und hier ist unsere Aufgabe. Am besten, ihr drückt an dieser Stelle Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung. Gut, ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt schon erledigt habt und wie bereits erwähnt wird unser erster Schritt sein, das Aufstellen der Zielfunktion. Allerdings kann man das nicht machen, wenn man sich das Ganze nicht irgendwie vorstellen kann. Deshalb empfiehlt sich, wenn nicht vorgegeben, eine sogenannte Skizze zu machen. Mit dem greifischen Taschenrechner ist natürlich kein Problem. Aber auch die wissenschaftlichen Taschenrechner bieten eine Wertetabelle, von daher kann man immer sowas machen. Hier muss man sich gar nicht lange den Kopf zerbrechen. Unsere Funktion lautet e hoch x. Also grob sieht das Ganze genauso aus wie hier abgebildet. Die Aufgabenstellung sagt uns, dass in irgendeinem Punkt auf dieser Kurve, mit der allgemeinen Koordinaten U und F und U, also den können wir beispielsweise hier wählen, eine normale existiert. Würde dann so auch sehen. Zur Erinnerung, normale ist eine Gerade, die orthogonal oder senkrecht zu der Tangente in diesem Punkt liegt. Gut, die Tangente habe ich jetzt nicht mehr gezeichnet, aber versteht sie von selbst. Und dann gibt es noch eine Parallele zu x-Achse durch diesen Punkt, hier angedeutet. Und diese Sachen zusammen, also die normale, die Parallele zu der x-Achse und die y-Achse bilden einen Dreieck. Das ist hier mit grün dargestellt. Anhand der Aufgabenstellung müssen wir jetzt U so bestimmen, dass der Flächenhalt dieses Dreiecks maximal ist, beziehungsweise auch diesen maximalen Flächenhalt berechnen. Wir fangen genauso an, wie besprochen, mit dem Aufstellen der Zielfunktion. Da es um die Fläche eines Dreiecks geht, muss man sich einfach nur an die grundlegende Formel dafür erinnern. Die schreibe ich jetzt nochmal hier an der Seite. Die Fläche eines Dreiecks ist eigentlich 1 halb mal g mal h, so verallgemeinert geschrieben. Gut, wenn wir jetzt auf unser Dreieck schauen, solltet ihr erkennen, dass das ein rechtwinklicher Dreieck ist. Also hier an dieser Stelle haben wir ein rechter Winkel. Und natürlich stellt sich die Frage, was ist hier die Grundseite und was ist hier die Höhe? Die Antwort ist sehr einfach, das sind genau die Katheten in diesem Dreieck. Also, wir könnten entweder sagen, dass das hier die Grundseite und das hier die Höhe ist oder umgekehrt. Das spielt keine Rolle. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Problem. Wir müssen diesen Flächenhalt im Abhängigkeit von U irgendwie ausdrücken. Naja, deshalb versuchen wir uns ein bisschen an unser Skizze zu orientieren. Zum Beispiel wissen, dass die x-Koordinate des Punktes P einfach U ist. Ja, mit Hilfe dieser x-Koordinate können wir dann auch die Grundseite problemlos in Abhängigkeit von U ausdrücken, wie ihr hier erkennen könnt. Allerdings gibt es noch die Höhe. Und da ist es nicht so einfach. Also, zwar ist die y-Koordinate des Punktes P f von U. Allerdings fehlt uns hier oben noch diesen Schnittpunkt der Normalen mit der y-Achse. Also, das hier brauchen wir noch unbedingt, um diese Höhe im Abhängigkeit von U auszudrücken. Und das bedeutet, um diesen Schnittpunkt zu bestimmen, müssen wir erstmal die Normalengleichung aufstellen. Um die Gleichung für diese Normale aufzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die klassische, das heißt, die Normale als eine Gerade anzusehen und die Formel auf der linken Seite zu benutzen, y gleich m mal x plus c, also die allgemeine Gleichung einer Geraden. Außerdem gibt es noch eine schlauere Formel, die in den meisten Merkhilfen vorhanden ist. Und zwar eine fertige Formel für diese Normale. Die geht dann deutlich schneller als die erste Formel. Allerdings ist mir klar an dieser Stelle, dass nicht jeder von euch die zweite Formel kennt, beziehungsweise diese Formel nicht in jedem Bundesland beigebracht wird. Deshalb werden wir uns jetzt beide Lösungswege anschauen. Zuerst den kürzeren, also das mit der zweiten Formel. Und dann werde ich auf die Schnelle auch noch den alternativen Lösungsweg mit der ersten Formel einblenden. Für diejenigen von euch, die die zweite Formel nicht kennen. Also legen wir jetzt los mit der zweiten Formel. Um diese Formel zu nutzen, muss man nur zwei Sachen kennen und einsetzen. f von u und f' von u. Und f von u ist keine große Sache. Das ist genau unsere Anfangsfunktion f von x, also e hoch x, mit u statt x. Also kurz gesagt, f von u wäre dann einfach e hoch u. Naja, die Ableitung zu bilden ist auch sehr einfach in diesem Fall. f' von u wäre entsprechend ebenfalls e hoch u. Und jetzt können wir das in unsere Formel einsetzen. Also y ist gleich minus 1 durch e hoch u mal x minus u plus e hoch u. Damit wäre die normale Gleichung eigentlich schon fertig. Übrigens, man könnte hier an dieser Stelle diese Klammer auch auflösen. Allerdings tut das nicht zur Sache. Also man kann es auch so stehen lassen. Deshalb gehen wir jetzt kurz zu unserem alternativen Lösungsweg mit Hilfe der anderen Formel. So, um diese Formel zu benutzen, müsst ihr euch in erster Reihe erinnern, weil diese Normale orthogonal zu der Tangente steht, dass man die Steigung der Normalen rauskriegt, indem man minus 1 durch die Steigung der Tangente rechnet. Also praktisch statt mn habe ich jetzt auf der rechten Seite minus 1 durch mt. Naja gut, entsprechend braucht man auch hier die erste Ableitung. Und mt wäre dann entsprechend wieder f' von u, was wir bereits gesehen haben, dass es e hoch u ist. Gut, außerdem haben wir noch den Punkt p mit den Koordinaten u und e hoch u. Unser Ziel ist jetzt, einen passenden Wert für c zu bestimmen. Das bedeutet, wir setzen jetzt praktisch diese Steigung hier, also mt, e hoch u und die x- und y-Koordinate des Punktes hier in unserer Gleichung für x und y. Sieht das Ganze dann so aus und wenn wir noch ein bisschen umformen, also erstmal habe ich das e hoch u jetzt hochgeschrieben, damit wir nicht diese komischen Bücher haben und dann bringen wir es auf die andere Seite und dann haben wir für c diesen Wert in Abhängigkeit von u raus oder diesen Term in Abhängigkeit von u raus. Entsprechend können wir dann wieder m und c in die obere Geradengleichung einsetzen und dann sieht die normale Gleichung so aus. Es ist die gleiche Gleichung wie vorher, nur dass diese Klammer, die wir vorher noch hatten, hier an dieser Stelle aufgelöst ist. Also, egal auf welche Art und Weise ihr jetzt die normale Gleichung aufgestellt habt, wir haben sie. Ich habe jetzt die Darstellung genommen, wo die Klammer schon aufgelöst würde. Das ist egal, welche man nimmt. Und wir versuchen uns wieder anhand unserer Abbildung zu erinnern, was wir eigentlich haben wollen. Und zwar, wir wollen hier diesen Schnittpunkt der Normalen mit der y-Achse bestimmen. Okay, um diesen Schnittpunkt mit der y-Achse zu bestimmen, müssen wir für x natürlich 0 einsetzen. Und das habe ich jetzt auch kurz hier vorbereitet. Also, in die obere Gleichung habe ich für x dann 0 eingesetzt. Und ist ja klar, das Einzige, was noch übrig bleibt, ist das hier, der hintere Teil. Und das ist ja praktisch am Schaubild, dann diese Stelle hier. Also, e hoch minus u mal u plus e hoch u. Jetzt, das haben wir gebraucht, um letztendlich die Höhe zu bestimmen. Das heißt, wir können jetzt erstmal für diese Höhe sozusagen eine Gleichung aufstellen. Dann müssen wir einfach von der oberen die untere Koordinate abziehen. Also, die obere Koordinate auf der y-Achse ist dieses e hoch minus u mal u plus e hoch u. Und die untere ist f von u hier an dieser Stelle. f von u ist einfach e hoch u. Gut, dann merkt man, man kann das ganz gut zusammenfassen, e hoch u minus e hoch u verschwindet. Und das bedeutet, dass die Höhe nur noch den Term e hoch minus u mal u hat. Okay, jetzt können wir endlich unsere Zielfunktion aufstellen. Deshalb schreibe ich hier an dieser Stelle a von u. Also, das ist jetzt der Flächenhalt in Abhängigkeit von diesem u. Ist 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Also, 1,5. Dann kommt die Grundseite. Die kann man ganz gut hier in der Abbildung sehen. Das ist das hier, die Grundseite. Und das ist einfach nur u. Und entsprechend die Höhe, die wir gerade ausgerechnet haben. Das ist e hoch minus u mal u. Ja, und das Ganze kann man noch ein bisschen zusammenfassen. Also, vor allem die u's ziehe ich das nach vorne. 1,5 u Quadrat mal e hoch minus u. Schritt Nummer 1 hätten wir jetzt erledigt. Also, die Zielfunktion aufzustellen. Ich blende hier sie nochmal ein. Jetzt sind wir bei Schritt Nummer 2. Berechnung der lokalen Extrempunkte. In diesem Fall, anhand der Aufgabenstellung, brauchen wir natürlich einen Hochpunkt. Hier gibt es auch wieder einiges am Auswahl in Sachen Vorgehensweise. Einmal kann man einen Hochpunkt bestimmen und nachweisen. Mit Hilfe der ersten beiden Ableitungen. Alternativ kann man sich die zweite Ableitung auch sparen, was hier auch günstiger wäre. Und das Ganze über den Vorzeichenwechsel machen. Naja, beim Ableiten gibt es hier auch Auswahl. Entweder man nimmt die Produktregel, so wie der Term bei uns aussieht. Oder man zieht dieses e hoch minus u unter dem Bruchstrich. Man kann dann auch die Quotientregel anwenden. Ist wieder Geschmackssache. Oder abhängig davon, was sie überhaupt in der Oberstufe beigebracht bekommen hat. Ich werde mich jetzt an die Produktregel halten, weil die einfach, meiner Meinung nach, hier einfacher ist. An dieser Stelle. Ich habe sie nochmal auf der rechten Seite so vereinfacht dargestellt. Und ja, anhand unserer Terms können wir das hier als u und das hier als v definieren und damit loslegen. Also a' von u wäre dann entsprechend u' sind dann nur noch u mal v e hoch minus u plus 1,5 u Quadrat mal, und jetzt wird noch die e-Funktion abgeleitet. Ich schreibe sie zuerst ab und die innere Ableitung dieser minus 1 schreibe ich nach hinten. Natürlich hätte ich das auch nach vorne ziehen können. Das ist egal. Jetzt könnten wir diesen Term noch ein bisschen besser zusammenfassen, weil wir müssen damit noch weiterrechnen und deshalb ist es das sehr empfehlenswert. Normalerweise klammert man dann immer den Exponentialanteil raus, weil es sich beim Ableiten nicht ändert. Also wir ziehen dieses e hoch minus u nach vorne. Dann bleibt auf der linken Seite nur noch u stehen und auf der rechten Seite haben wir 1,5 u Quadrat mal minus 1. Zusammengefasst ist das dann natürlich minus 1,5 u Quadrat. So, die zweite Ableitung werden wir uns jetzt sparen. Also ich werde den Nachweis des Extremums über das Wortzeichenwechsel gleich machen. Allerdings für diejenigen von euch, die das sehen wollen, auf der rechten Seite, das wäre noch die zweite Ableitung gewesen. Also damit kann man auch diesen Hochpunkt gleich nachweisen. Erstmal brauchen wir überhaupt einen Hochpunkt oder einen Extrempunkt. Deshalb nehmen wir die erste Ableitung und setzen sie gleich 0. Ich kürze das ein bisschen ab an dieser Stelle. Und diese Gleichung kann man lösen, wenn man den sogenannten Satz vom Nullprodukt anwendet. Also hier auf der rechten Seite haben wir ein Produkt. Und wenn ein Produkt 0 ergibt, dann könnte theoretisch jeder dieser Terme links und rechts bei dem Produkt 0 sein. Allerdings, die E-Funktion oder irgendeine E-Funktion, unabhängig davon, was oben im Exponenten steht, kann in 0 sein. Die liegt ja immer über der x-Achse. Deshalb, die linke Seite hat sich automatisch erledigt. Auf der rechten Seite haben wir noch den Inhalt dieser Klammer, was ich jetzt rausschreibe und ebenfalls 0 setze. Auch hier merkt man ziemlich schnell, dass beide Terme ein U gemeinsam haben. Deshalb klammern wir dieses U raus. Entsprechend bleibt auf der linken Seite eine 1 übrig und auf der rechten Seite minus 1,5 U. Und auch hier könnten wir erneut diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Also, linke Seite, sieht sehr einfach aus, ist es auch. U1 ist 0, ist schon unsere erste Lösung. Auf der rechten Seite müssen wir noch ein bisschen umformen, damit wir an den passenden U-Wert kommen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel dieser minus 1,5 U auf der anderen Seite bringen, mit plus 1,5 U. Dann hätten wir entsprechend 1 ist gleich 1,5 U. Und das Ganze jetzt mal 2 nehmen, damit dieser 1,5 verschwindet. Und die 2 auf der anderen Seite geht. Damit haben wir für U dann die Lösung 1 mal 2 sind 2. Und das wäre dann unsere zweite Lösung an dieser Stelle. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt einen Nachweis fürs Maximum mit Hilfe des Vorzeichenwechsels durchführen. Also dafür tragen wir unsere Lösung hier an der Zahlenstrahlachse oder an der X-Achse. Die Lösung waren 2 und 0 und nach rechts ist das Ganze offen gegen unendlich. Und eigentlich interessiert uns nur die Stelle 2, weil U sowieso als größer gleich 0 definiert ist. Das bedeutet, das kann ja nicht unser Maximum sein. Um das nachzuweisen, wählen wir zwei Zahlen, links und rechts nehmen dieser 2. Also zum Beispiel 1 und setzen jetzt in die ersten Ableitung und 3. Ich habe das bereits schon gemacht. Also wenn ich jetzt die 1 in die erste Ableitung einsetze, dann lautet das Ergebnis 1,5 mal E hoch minus 1. Natürlich könnt ihr das auch alles in den Taschenrechner intippen, als Dezimalzahl hinschreiben. Wichtig ist nur, dass ihr erkennt, dass diese Zahl positiv ist. Das bedeutet, auf der linken Seite haben wir ein positives Vorzeichen. Und wenn man das jetzt hier ausrechnet, dann kommt raus minus 3,5 E hoch minus 1. Das wäre eine negative Zahl, deshalb haben wir hier Minus. Somit ein Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus. Und das ist natürlich der Nachweis für ein Maximum. Jetzt, die Aufgabenstellung möchte von uns auch noch den maximalen Flächenhalt. Das könnten wir mit unserer Zielfunktion machen. Das heißt, in dieser Funktion hier setzen wir für U die 2 ein. Das Ganze sieht dann so wie rechts eingeblendet aus. Wenn man das zusammenfassend tut, dann hat man 2 mal E hoch minus 2 als angeblicher maximaler Flächenhalt. Wieso angeblich? Naja, bis wir nicht Schritt Nummer 3 erledigt haben, haben wir auch keine Gewissheit, dass das wirklich das globale Maximum ist. Also es kann sein, dass der Randwert immer noch diese Rolle übernehmen kann. Die Randwerte kann man sehr leicht auch ganz oben an unserer Zahlenstrahlachse nachvollziehen. Also, es ist bereits gesagt eine Aufgabenstellung, dass U größer gleich 0 ist. Das bedeutet, unser linker Randwert ist 0 und auf der rechten Seite gibt es nicht wirklich einen Randwert. Deshalb müssen wir das Ganze für U gegen unendlich betrachten. Also, das sind die Randwerte. Und ich habe jetzt bereits schon ein bisschen was vorbereitet. Also, einmal 0 in unserer Zielfunktion einsetzen ergibt 0. Also, auf der linken Seite gibt es keine Probleme. Und auf der rechten Seite müssen wir natürlich den Grenzwert dieser Zielfunktion für U gegen unendlich ausrechnen. Also, vereinfacht könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Wir setzen hier in diesen Termen für U unendlich ein. Also, wir betrachten erstmal diese 1,5 U hoch 2. Naja, unendlich hoch 2 ist unendlich. Unendlich mal 1,5 ist immer noch unendlich. Und hier hinten auch. Dann haben wir entsprechend E hoch minus unendlich. E hoch minus unendlich läuft immer gegen 0. Wenn ihr es nicht glaubt, schaut das Schaubilde E-Funktion an. Dann ist ja klar, was ich damit meine. Und am Ende fassen wir das zusammen. Unendlich mal 0. Unendlich mal 0 ergibt natürlich 0. Also, auch auf der rechten Seite gibt es keine Probleme mit unserem Maximum. Jetzt können wir mit Gewissenheit sagen, dass hier das globale Maximum ist mit 2E hoch minus 2. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich Extremwertprobleme ohne Nebenbedingungen, so wie das, was wir gerade hatten. Aber auch mit Nebenbedingungen, auch öfters als Optimierungsprobleme genannt. Und es gibt natürlich auch andere Anwendungsgebiete von Differenzialrechnungen, wie zum Beispiel Trassierung oder Übergänge von Funktionen, wo es darum geht, dass Übergänge von Funktionen sprungfrei, knickfrei oder ruckfrei sind. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein ertes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann geht es um Video.